Wir haben hier in unserem Hotel auch andere Gäste. Unter anderem ist hier eine Gruppe voller Kids, die eine schwere Zeit hinter sich hatten und hier wieder ein bisschen Kraft tanken. Dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir sie doch einfach mal einladen zu uns, zum Training und ein paar schöne Stunden zusammen gemeinschaftlich verleben können. Die eine oder andere Blutgrätsche war dabei und das hat einfach Spaß gemacht. Die sind zumindest noch nicht so schnell, da komme ich noch hinterher. Ich habe selber einen Sohn und es gibt nichts Schönes als ein Kinderlachen. Und ich glaube auch einen großen Dank an unseren Busfahrer Friedl, der die Kids hier abgeholt hat und zum Platz gebracht hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und es passt zu der Darmstadt-Geschichte einfach von Jonathan. Und deswegen war das ein wunderschöner Moment für uns Spieler. Und ich glaube und hoffentlich auch für die Kids. Und sie haben jetzt schon seedlings jetzt das Sirius und wir haben mit den